Guten Morgen Gottes Sein, ich werde dir in die Seine entscheiden. Uns Bibelförsch von dir ist ein übster Johannes 1.4. In der Bibelgebiet wird unsere Freude ganz falsch sein. Ich werde von dir nur sieben biblischen Worten entgegen, die alle Christen wissen sollen. Nummer 1. Wir haben die Salze gehört und wir wissen, dort wird wirklich Christus der Heilung für die Welt erst. Johannes 4.4.4. Das wollen wir nicht bloß durch andere Erzeugnisse erinnern, aber auch durch unsere persönliche Erfahrungen. Durch Jesus sie nicht gehen, wo schon wir berglich wollten, dort heute Christus ist. Nummer 2. Ich weiß, der lebt, der mir raten wird, in der Wort, ob die sie ihr das letzte Wort zu sein haben. Hier oben nicht hier verschrieben finde ich. Das sollen jeder Gläubiger klar haben. Wir sollen, wo hier viele Lieden durch ihn, und heute auch nicht abgehört zu glauben, dort heute Nacht wird Gott sein. Das ist eine große Tür für sich. Nummer 3. Und das ist die Öse, worum ich Lieden do. Aber ich schäme mich damit nicht. Ich will es euch wissen, wie ich mit ihr geläubt habe. Und ich sehe mich sicher, dort habe ich mich dort, wo ich am Aufgetreten habe, bei den Jahren da ich beworben kann. 2. Timotheus 1, Vers 12. Wir können wissen, dass Gott seine Versprechen immer erhöhnen wird, wo wir ihn vertreten. Nummer 4. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Wenn wir die Läufe der Bräder haben, wer den Nächsten nicht vertreten kann, ist noch dort. 1. Johannes 3, Vers 14. Das Tristentum ist mehr als bloß bei einem Tag begonnen und verschiedene Rituale Dinge tun. Wir können eine persönliche Gemeinschaft mit uns Gott haben. Nummer 5. Wir wissen, dass Gott in alle Dinge immer der beste Weg für dich, der am Gott sind. Dort sind dich, der heute geräubt hat, so wie es heute will. Römer auch verschwachen, finde ich. 2. Wir können wissen, dass Gott uns nicht verlaut, und alle Dinge in uns Leben zum Garten gehen, wenn wir euch nicht immer verstehen können, woran die Dinge passiert sind. Doch die gehen immer zum Basten. Nummer 6. Wir wollten aber, wann dort Selt entwohnt, wie ihr habt ihr sie ihr Leben, durch die Bedeutung war. Dann haben wir ein Hüß im Himmel, dort ist nicht von Menschen hingegebüt, aber von Gott Selt, in was ewiglich bliehen. 2. Korinther 4, Vers 1. Wir können uns Gedanken hier nicht Raum drehen, und wir können bloß uns verstehen, wo herrlich dort wird sein, aber wir wollten dort uns erst ein Hüß im Himmel versprechen werden. Nummer 7. Wir wollten aber, wann er kommen wird, dann war wir so sein aus Heuers, und wir wollen am so sein aus Heuers. Hier steht Johannes 3, Vers 2. Der Erwartung, dort wie Jesus ein Dach werden, ohne sich tun, der sich sein soll, soll uns der Motivierung geben, von dem Sinn wach zu bleiben, und uns zu Ziel zu sorgen, auf der herrliche Ewigkeit. Gottes Sehen in Habila anscheinendach. Schöne in Habila anscheinendach. Schöne in Habila anscheinendach. Schöne in Habila anscheinendach.